Alzheimer Medikament mit Protein Adam 10 Laboratorie Selzong Genzi Selm Genzi Autor de Selzong Genzi Es wurde herausgefunden, dass Adam 10 das Protein APP, Amyloid Prekoesor Protein, so zerschneidet, dass kein Amyloid daraus entsteht. 1. SS-Amyloid spielt wiederum eine zentrale Rolle bei der Bildung der für Alzheimer charakteristischen Plaquus. Adam 10 kann also möglicherweise die Basis für einen neuen Therapieansatz bei Alzheimer darstellen. Adam 10 ist eine sogenannte Sekretase und somit ein Protein, das wie eine molekulare Schere funktioniert. Die deutschen Wissenschaftler haben nun mithilfe der RNA-Interferenz festgestellt, dass nur Adam 10 die Bildung von Amyloid verhindern kann, nicht jedoch andere Proteinscheren aus der Adam-Familie wie beispielsweise Adam 9 oder Adam 17 mittels RNA-Interferenz wurden in den aktuellen Experimenten diejenigen Gene, die Proteinscheren kodieren, gezielt stillgelegt und damit die anschließende Proteinbildung unterbunden. Außerdem wurden für diese Forschungsarbeiten spezifische Antikörper entwickelt, die verschiedene APP-Spaltprodukte im Gehirn erkennen, und mit denen sich eventuell auch neue Möglichkeiten für eine frühe Diagnose der Erkrankung erschließen lassen. Noch ist ungeklärt, ob die Amyloid-Plaquus im Gehirn von Alzheimer-Patienten tatsächlich die Ursache für die Entstehung von Alzheimer oder nur eine Begleiterscheinung der Erkrankung sind. Dennoch zeigen viele Studien, dass es sich beim Amyloid um eine wichtige Zielstruktur bei der Therapie von Alzheimer handelt. Während einige in klinischer Prüfung befindliche Alzheimer-Therapie-Ansätze auf eine Blockade der molekularen Scheren abzielen, um die Zerstückelung des APP in Amyloid zu verhindern, basiert der nun beschriebene Ansatz auf der entgegengesetzten Richtung. ADAM-10 soll nämlich gezielt genutzt werden, um APP zu zerstückeln, wobei allerdings kein Amyloid entsteht und somit auch keine Plaquus gebildet werden können. Hierzu passt auch die Erkenntnis, dass ADAM-10 bei vielen Alzheimer-Patienten weniger aktiv ist. Daher könnte dieser neue Ansatz vielversprechend sein, über eine Stimulierung von ADAM-10 die Bildung von Alzheimer-Plaquus und damit hoffentlich auch die Ausprägung der klinischen Merkmale zu verhindern. Hierzu zählen typischerweise Störungen des Gedächtnisses und Denkens, der Orientierungsfähigkeit sowie der Auffassungsgabe. Alzheimer ist eine bislang unheilbare Krankheit. Derzeit geht man von bis zu 800.000 Alzheimer-Erkrankten in Deutschland aus, 2. Jedes Jahr erkranken in etwa 200.000 Menschen neu. Die durchschnittliche Überlebensdauer beträgt vom ersten Auftreten der Krankheitszeichen an ca. 8 bis 9 Jahre. Vom Zeitpunkt der klinischen Diagnose sind es im Schnitt noch etwa 6 Jahre. Ziel vieler aktueller Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist es, neue Ansatzpunkte für eine zielgerichtete Therapie zu erproben. Hierzu zählen auch verschiedene Biopharmazeutiker, also gentechnisch hergestellte Arzneimittel wie beispielsweise Antikörper, die die Strukturen des Amyloids erkennen und somit die Ausbildung der Amyloid-Plaquus verhindern sollen. ADAM-10 könnte möglicherweise das Armamentarium im Kampf gegen Alzheimer erweitern. Vor der ersten Anwendung am Menschen im Rahmen einer klinischen Studie sind allerdings noch weitere Forschungsaktivitäten erforderlich, um die Bedeutung von ADAM-10 im Detail zu charakterisieren. Die medizinische Biotechnologie erweist sich auch mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung einmal mehr als unverzichtbar, um mit dazu beizutragen, Antworten auf die medizinischen Herausforderungen der Zukunft zu erarbeiten. ADAM-10-Protein verhindert Bildung von Beta-Amyloid Beta-Amyloid kommt im Gehirn in den für Alzheimer typischen Plaquus vor. Die Vorstufen der Plaquus stehen in Verdacht, für das Absterben von Nervenzellen und damit für die Gedächtnisstörungen bei der Alzheimer-Erkrankung verantwortlich zu sein. Beta-Amyloid wird aus dem sogenannten Amyloid-Vorläufer-Protein, APP, ausgeschnitten, in dem verschiedene molekulare Scheren an den Vorläufer-Protein ansetzen und unterschiedlich große Stücke herausschneiden. Die Blockade dieser Scheren führt dazu, dass das Beta-Amyloid nicht mehr gebildet wird. Die Forscher haben jetzt eine molekulare Schere gefunden, eine sogenannte Alper-Sekretase, die das Amyloid-Vorläufer-Protein, APP, ohne die Bildung von Beta-Amyloid spaltet. Bisher kamen dafür drei verschiedene Scheren in Frage. Die Wissenschaftler konnten nun zeigen, dass alleine ADAM-10 für die spezifische Spaltung verantwortlich ist. Dazu entwickelten sie hochspezifische Antikörper, die verschiedene Spaltprodukte des Vorläufer-Proteins in Hirnzellen von Mäusen und in menschlicher Zellkultur erkennen können. Mithilfe der RNA-Interferenz blockierten die Forscher jeweils eines der drei Gene, welche für die drei in Frage kommenden ADAM-Scheren kodieren. Die Analyse der Spaltprodukte ergab, dass nur das ADAM-10-Gen die Bildung der Beta-Amyloide verhindern kann. Die Ergebnisse konnten mithilfe der Massenspektrometrie bestätigt werden. Damit könnte ADAM-10 zu einem wichtigen Zielmolekül für die Alzheimer-Therapie werden, so könnte eine Stimulierung von ADAM-10 therapeutisch genutzt werden. Die neuen Antikörper eröffnen aber auch neue Möglichkeiten für die Diagnose und Prävention der Erkrankung. So könnten sie als Marker dienen, um eine schwache ADAM-10-Aktivität und damit ein mögliches erhöhtes Alzheimer-Risiko in der Rückenmarksflüssigkeit zu messen. So könnten sie als Marker dienen, um eine schwache ADAM-10-Aktivität zu messen.